und ein herzliches willkommen zurück hier wieder bei super smash pass ultimate und wieder ein kämpfer gefunden direkt am 10 juni 2022 mit mir oder youtube lesbysart's hobby gegen janus mit mr game and watch und überhaupt keine hintergrundmusik das hat ich wunderbar aber er 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 Okay. 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 Ich jetzt. nein nein das mache ich dann auch kommen ja okay ohne musik im hintergrund ist echt komisch aber schön wir haben gewonnen heute mit mir jetzt haben wir schon acht millionen unfassbar das war schon wieder ein ruhiger aber guter kampf hier bei super smashbox ultimate mit mir von der youtube platz bei satz hobby danke fürs zuschauen bis zum nächsten kaufhörig doch bis dann tschüss